Das Auto das muss ich euch zeigen. I will show you something. Look at this bitch. Peter pervers auf jeden Fall. Verkarboniert. Verkarboniert, genau. Und das war glaube ich auch für den Verkäufer echt emotionales Ding, dieses Auto zu verkaufen. Die Ansaugung. Ansaugung, geil. Wer ein Audi GT aus der Baureihe sucht, die die Suche ein Ende hat, weil besser wird es nicht. Besser geht es auch nicht. 100 Kilometer ein Liter Öl, dann kommt hinten wirklich eine blaue Wolke. Aber das ist doch für mich ein cooles, kleines Tuning, oder? So nicht so dieses typische so Ja, schleift. Ja, hier vorne, gerade. Achso.